Wo bist du, Adda? Ich finde deine Fresse so lustig. Mann, ich will einen anderen Skin haben, aber ich weiß nicht, wie man das macht. Der ist doch lustig. Guckst du mal so... Sorry. Glättig. Überrascht. Starten. Hab ich doch. Starten, jetzt. So. Ich geh da diesmal nicht rein. Haha. Verrückte Kisten. Ich geh da diesmal nicht rein. den habe ich vorhin nicht gesehen fließt er er ist nicht ausgemacht also da ist Nachtschattengewächs angeflogen also gleich im Auge behalten und irgendwie versuchen zu zerbrechen oder da in den Kreis zu legen huch alter schreck mich nicht alles klar alles klar ich habe halt jetzt aufhört hoch hopp hey die Tür ist weg welche Tür? wo ist gerade? Ach ne da ich habe das erste Kreuz vorsicht heiß du hast mich schon gesehen gehabt ja hä wo ist das Kreuz schon wieder hin? will sie mich verarschen? zerstören müssen? hast du das nicht kaputt gemacht? nee warte mal vielleicht ist es hier nee ich habe es eben die ganze Zeit rumgetragen und dann war es auf einmal weg geh mal runter in den Keller mal gucken ob man das andere kaputt kriegt äh geh du mal da durch ja ja du mich hinschappt geh wo bist du? wo bist du? alter ist das lau jetzt gehen wir hier rein dann gehen wir da rein dann gehen wir da ja ja ich habe es kaputt gemacht hey jetzt kommen wir jetzt durch was bringt uns das denn? oder vielleicht können wir den Raum jetzt öffnen den anderen ok ich verstehe das nicht Testflower warte mal ich lese das nochmal hätte Alpha Alpha dann he heads west drück mal ähm links das to kill his family äh äh bla bla right aus man whose heard roots in south also hast du süd gemacht ne west süd und was ist gamma ist gamma ist ähm nordost also äh schräg oben geht das? warte mal hm 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 nö was ist ein Beta ach warte mal ja Alpha ist west west dann süd dann geht auch nicht dort so habe ich mir jetzt gedacht weißt du ach warte mal weil hier steht Alpha äh rechts oben west west links oben süd hey wie hast du das jetzt gemacht? na weil dieses hier unten das Zeichen ja auch noch Richtung hatte nach links oben welches? öster? ja ist links oben gewesen also ich habe es hier halt angefangen bei dem hier bin dann da lang und da so einmal kein Helfer das in Gamma nein okay es ist ja egal ob Alphabet oder Gamma es geht ja um die Richtung oh 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 boah kaputt iiii die es geht ganz und spektakulär alter geht war denn da das ist einfach nur die Ölle ey ich höre auch was der das ist einfach nur die Ölle ey jedes mal ey wenn ich wieder schreck hast du das nicht gesehen? hier 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 ach ne das geht nicht hehehe hehehe die 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 hier hallo hallo ein knopf durch den drücken irgendwas ist kaputt gegangen ach hier ist offen hast du auch getrüft ja da liegt ein baby es hat es gerade bewegt hast du es gerade bewegt wie denn ich steh hier hinten hat angepustet kittys top schmeißt du das kind hinweist dann ist gut links oder rechts links oder rechts links oder rechts geradeaus kann man nicht ach guck mal an hier sind wir jetzt hallo okay dann gehen wir aber jetzt hin weil da geht es ja zurück oh holz hey ist alles von der kloße nur das so kann auch noch überall waschbecken waschbecken das sind überall scheißhäuser und waschbecken und das sind keine scheißhäuser das ist was die kann man nicht kaputt machen das ist mir verdächtig das stimmt hier nicht okay hier muss man dann lang aus achtung erlebt er freet kommen wir erst hier unten drunter durch ich bin begeistert von diesen ist ja jetzt guck nicht so überrascht immer warte mal kurz mein ohr der streis rein sieht eklig aus geil er ist hoch oder hier ok hier hier kommt sieben bis neun da kommen an jetzt sind wir oben hast du es gesehen es war ja nicht sehr spannend das schwarze ding ist ein bild von einem jungen das bild ich hab nicht kaputt machen es geht nicht kaputt bist du denn hallo hallo äh ich hab's nicht los gemacht ich kann das taube leuchten mit meiner taschenlampe wenn ich richtig steh hallo ach hier oh oh das ist ein kreuz hallo hallo ich bin ja gar nicht das kreuz hallo 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 ich hab's nicht gesehen ja dämlich was jetzt ist zurück oder was jetzt haben wir ja denk ich mal warte mal ah jetzt ist es offen ist das Tor offen ja ha ich nehm die abkürzung ha ha ja ist es oh ich glaub das ich glaub ich hab die Candy Map schon irgendwo her ich hab das jetzt nicht gesehen das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt als das hinter mir aufgetaucht ach ach ich hab mir schiebein gekrömmen wo ist es denn ach 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 ich warte einfach bis er mir vorbei kommt Ach da kommst da ist noch so ein Brett runter ich bin tot was ist das denn ein rätsel mit neun drückern 0a bevor das an den 50 c5 also a ist schon mal 0 c ist also als die also a und 0 sind die erste stelle ich drücken müssen wo müssen wir hin hier ist noch hier ist eine 8 b also also 0 8 5 muss man es merken a b und c haben wir schon 0 8 5 das fieße ich siehst du nicht 0 8 5 0 8 5 0 8 5 0 8 5 0 8 ich hab kein stift das ist wirklich so geschickt da 0 8 5 0 8 5 0 8 5 3 0 8 5 3 0 8 5 3 0 8 5 3 0 8 5 3 ich wurde gerade wo ich die drei eingegeben hat und bestätigen wollte umgerannt wo bist denn du überhaupt ich habe mich versteckt gehabt vor dem vieh wie macht man das jetzt 0 8 geht nicht ah ist offen ja links oder rechts ist das hier schon wieder ich gehe rechts ich gehe links hallo ach das war es schon er schlag mich das war ein fröhlicher kürbis da ist viel von sauspark gemacht weil mit den augenbrauen wenn euch mein video gefallen hat dann schenkt mir doch einen daumen nach oben und abonniert nicht hat euch das video nicht gefallen ist ein daumen nach unten auch okay aber dann hinterlasst auch ein bisschen kritik lobt was euch gefallen hat was euch nicht gefallen hat denn das hilft mir bei den videos weiter